Moin Leute, ich probiere gerade noch meinen Band von meiner Jacke zu empführen. Also, Moin Leute, willkommen am dritten Tag des Vlogs. Ich zeige dir drei, völlig klar. Wir sind heute in Jakobshorn, nicht in Persen. Düsengrad hier in der Abfahrt runter. Das ist wirklich sehr herzlich. Wir zeigen heute mal ein paar andere Perspektiven. Das soll sich auch im Verlauf des Vlogs jeden Tag ein bisschen ändern. Morgen geht's wieder nach oder auf. Versehen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und das bleibt dann. Los geht's. Ich habe das Tafeln auf meinem Nacken. Ich habe das Faschgen wirkt. Ich habe das Nacken. Ich habe das Nacken. Ich habe das Nacken. Ja, ich habe das Nacken. Ich habe das Nacken. Ich habe das Nacken. Oh, ich kann so gut. Wenn ich so gut, kann ich so gut sehen. Ich kann wirklich, so die Nacken sagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Diese enge Abfahrt ist die perfekte Gelegenheit hier einmal für den Tag Nummer 3 zu machen und ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr noch Empfehlungen habt oder Anmerkungen, dann schreibt die am besten nicht an mich und ich habe Spaß, schreibt die am besten, wir sehen uns morgen wieder, am 3. Snowboardtag, 4. Tag des Vlogs, bis dahin, Neomeaster und ja, Kuss, viel Spaß beim Rest der Piste noch und ja, Kuss, viel Spaß beim Abfahrt ist die am besten, ja so jetzt kriegen wir sie redemption dafür dass er nicht getroffen hat putz vorm abgrund ja ich bin nicht getroffen weil ich schlecht bin ich bin nicht getroffen 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 ich bin nicht getroffen